Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir einfach mal einen kleinen Test. Es geht um Präpositionen, Verben und Artikel. Ihr seht Sätze mit Lücken und setzt einfach die richtigen Antworten ein. Viel Spaß! Noch ein kleiner Hinweis. Präpositionen machen wir in grün, die Verben in rot und die Artikel in blau. Und sobald ihr die Antwortmöglichkeiten seht, macht doch einfach kurz Pause. Dann könnt ihr etwas länger nachdenken. Sie geht in...schule. Die, der oder das. Sie geht in die Schule. Sie ist in...schule. Die, der oder das. Sie ist in...schule. Er mag...haus. Den, das oder die. Er mag...dass Haus. Wir fahren mit dem Auto...spanien zu...um...nach Wir fahren mit dem Auto...nach Spanien. Sie fährt mit dem Auto...punkt, punkt, 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 der Stadt. Um...in...nach Sie fährt mit dem Auto...in der Stadt. Sie kommen...punkt, punkt, punkt, Berlin Sie wohnen in Berlin, sie leben in Berlin oder aber sie sind in Berlin. Wir...punkt, punkt, 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 zu dem Bahnhof Sind, gehen, leben Wir gehen zu dem Bahnhof Wir...punkt, punkt, 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 in das Kino Sind, gehen, sehen Wir gehen in das Kino Punkt, 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 Fahrrad ist sehr schön Der, das oder die Das Fahrrad ist sehr schön Wir sind Hause Im, zu oder an Wir sind zu Hause Ich...gern Schach Spiele...liebe...denke Ich spiele...gern Schach Sie möchte mit dem Auto...fahren, gehen oder essen Sie möchte mit dem Auto fahren Er hat Angst...punkt, punkt, 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 Nacht Vor, um, nach Die, der oder das Er hat Angst vor der Nacht Sie sind Hause gegangen Zu, in, nach Sie sind nach Hause gegangen Wir...punkt, punkt, 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 Punkt Wetter Der, das, die Punkt, 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 heute, super Hat, ist, kann Das Wetter ist heute super Morgen, punkt, punkt, punkt Wir alle, punkt, punkt, punkt Punkt, 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 Punkt Sie ist nach Hause gegangen Zu, in, nach Sie ist nach Hause gegangen Punkt, 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 Punkt Auto steht Punkt, punkt, Punkt Der, garage Der, das oder die Auto Nach, um oder in In, 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 in Die Bücher lesen wir gern. Wir ... Spanien Wir leben, sind oder fliegen nach, um oder im Spanien. Wir fliegen nach Spanien. ... Computer ... Sehr modern. Der, das oder die Computer laufen, sind oder spielen sehr modern. ... Ich bin noch ... Hause ... aber gleich los. ... In, zu oder an ... Warte, schlafe oder gehe. ... Ich bin noch zu Hause, gehe aber gleich los. ... Ich mache ... Hausaufgaben, danach darf ich ... Ich mache der, das oder die Hausaufgaben, danach darf ich lernen, spielen oder warten. Ich mache die Hausaufgaben, danach darf ich spielen. So Leute, damit ist dieser kleine Test beendet. Ich hoffe, wie immer, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt das meiste gewusst. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bye, bye. ... Untertitelung des ZDF, 2020